Profi-Anlage-Tipps für sichere Genanlage Anlagestrategien 2019 Wenn Sie aus 1000 Euro schnell eine Million machen wollen, ist das nicht das richtige Video für Sie. Schauen Sie sich dieses Video bitte nicht an. Wenn Sie aber Einblicke in die Anlagestrategien der finanziell Erfolgreichen haben möchten, liegen Sie hier goldrichtig. In meiner 30-jährigen Erfahrung als Profi-Anwalt für internationale Privatkundschaft von Schweizer Banken habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie vermögende Anleger infolge falscher Anlagestipps und falscher Berater im Nu Millionen vernichtet haben. Ich zeige Ihnen Schritt für Schritt, wie und wo die Geschäftselite der Welt, die Ölscheichs und die Prominenz über Jahre hinweg erfolgreich investieren. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihr Geld beschützen und es mit globalen Strategien konstant vermehren. Dieses Video gibt Anlagestipps für die sichere Geldanlage, damit Sie Ihr Vermögen langfristig vermehren und absichern. Am meisten lernen Sie aus den Fehlern der finanziell Erfolgreichen. Bleiben Sie dran! Wir kämpfen für Ihr Geld! Guten Tag, ich bin Enzo Caputo, ehemaliger Anwalt in Rechtsabteilungen von Schweizer Banken, ehemaliger CEO des Verbandes Schweizerische Vermögensverwalter, Eigentümer der Boutique-Anwaltskanzlei Caputo & Partners und Gründer von SwissBankingLawyers.com. Hier finden Sie Tipps und Lösungen, wie Sie Ihr Geld global mit Schweizer Banken sicher und langfristig anlegen, weniger Steuer zahlen und mit den besten Anlagestrategien der Welt mehr Geld verdienen. Die Mehrheit der Finanzberater auf YouTube spricht über die beste Geldanlage 2019. Geldanlage mit hohen Zinsen, die beste Geldanlage ohne Risiken, wie Sie Traumrenditen erzielen und wie Sie nur in liquide Anlagen investieren sollen. Was sind die besten Anlagestrategien für Privatanleger? Wie können Sie mit Ihren Anlagestrategien mehr Cashflow erzielen? Was ist der beste Weg, um vor einer Crash-Situation Geld zu investieren? Wie kann man erfolgreich investieren wie Warren Buffett? Was ist der beste Weg zu Anlagestrategien Aktien, Anlagestrategien ETF und Anlagestrategien Immobilien? Bitte, verstehen Sie mich richtig, ich sage nicht, dass solche Anlagestrategien nicht wichtig sind. Ich werde Ihnen später in diesem Video die Antworten zu diesen Fragen geben. Die sichere Geldanlage mit guter Rendite alleine bringt Ihnen nichts, wenn Sie nicht gezielte Massnahmen zum Schutze des Vermögens vorher umsetzen. Wie investiert man geldweise? Wo ist die beste Geldanlage der Welt mit hoher Rendite? Wie wichtig kann eine hohe Rendite sein, wenn Ihre Bank unterkapitalisiert ist? Wenn die Anlagestrategien für Privatanleger nicht global und diversifiziert ausgerichtet sind? Wenn Ihre Konten aufgrund einer Monsterklage des Finanzamtes oder eines missgünstigen Konkurrenten eingefroren werden? Wenn Ihre Bank zu Hause Konkurs geht? Wenn Ihr Heimatland Kapitalausfuhrbeschränkungen einführt? Wenn Ihre Regierung Berlin-Gesetze erlassen hat, die Ihr Geld konfiszieren? Berlin bedeutet, dass Sie Ihre Bank in Ihrem Wohnsitzland Kraftgesetz retten müssen. Die Berlin-Gesetzgebung in der Europäischen Union gibt es bereits seit 2017. Banken mit Unterkapitalisierung sind gefährdet. Anlagen in nur einer Währung bilden ein Klumpenrisiko. Den USA und der EU geht das Geld aus. Sie sind verzweifelt. Verzweifelte Regierungen werden verzweifelte Massnahmen ergreifen, wie beispielsweise die Deposteuer in Spanien, die Verstaatlichung der Altersguthaben in Polen, Ungarn und Portugal und Argentinien. Die Kapitalkontrollmaßnahmen in Zypern und Island. Viele Banken in Europa gehen bankrott, sollten alle Gläubiger gleichzeitig Geld abheben. Wenn Sie glauben, dass Verstaatlichungen nicht möglich sind, denken Sie nochmals genauer nach. Die besten Anlagetipps bringen nichts, wenn das Geld wegkommt. Bringen Sie einen Teil Ihres Geldes aus Ihrem Land weg, bevor Ihr Land es Ihnen wegnimmt. Robert Kiyosaki, ein weltbekannter Unternehmer, Lehrer in Finanzangelegenheiten und Bestsellerautor der New York Times, sagte einmal, wenn Sie irgendwo hinwollen, ist es am besten, jemanden zu fragen, der bereits dort war. Wenn finanziell Erfolgreiche sich über die sichere Geldanlage freuen, ist es ratsam, Ihre Anlagetipps anzuhören und zu verstehen, warum, wo und wie Sie investiert haben. Über 2,7 Millionen US-Bürger verfügen über Offshore-Konten. US-Investoren sind sehr besorgt über die schlechte Kapitalisierung der US-Banken. In den USA werden jedes Jahr 15 Millionen Klagen eingereicht. In den letzten zwei Jahren haben zahlreiche US-Investoren Schweizer Banken und Vermögensverwalter aufgesucht, um ihre Anlagestrategien mit den am stärksten kapitalisierten Banken der Welt, den Schweizer Banken, global zu diversifizieren. 50 Prozent aller grenzüberschreitenden Vermögenswerte der Scheiks in der Golfregion werden von Schweizer Banken verwaltet. Viele russische Unternehmer und Oligarchen trauen ihren eigenen Regierungen nicht. Die sicherste Strategie, Geld in Sicherheit zu bringen und professionell zu investieren, besteht darin, es aus dem Einflussbereich des Heimatstaates zu entfernen und es in die sichere Schweiz zu bringen. Es gibt keine glaubwürdige Alternative zur politisch stabilen Schweiz mit Bankgeheimnis und starken Datenschutz. 30 Prozent aller weltweiten Assets der Business-Elite sind bei Schweizer Banken deponiert. Die 1-Million-Dollar-Frage für die sichere Geldanlage mit Vermögensschutz ist die folgende. Ist mein Geld in meinem Wohnsitzland sicher? Jedes Land hat andere Risiken. Fragen Sie nicht, was riskiere ich, wenn ich mein Geld ins Ausland verlege? Die vielwichtige Frage ist, die Sie sich stellen müssen, was riskiere ich, wenn mein Geld zu Hause in meinem Wohnsitzland bleibt? 30 Prozent der globalen Vermögenswerte der finanziell Erfolgreichen liegen in der Schweiz bei Schweizer Banken. Denken Sie darüber nach. All diese internationalen Geschäftsleute, die 30 Prozent aller privaten Gelder der Welt besitzen, können sich nicht irren. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal jetzt und klicken Sie auf unser Video. Wenn Sie keine neuen Videos verpassen möchten, klicken Sie jetzt auf die Glocke. Ich erzähle Ihnen nun die wahre Geschichte eines Kunden. Sie werden sehen, wie schnell Konten blockiert werden und wie man ins Visier der Steuerfahndung kommen kann. Heutzutage wird zuerst geschossen und erst nachher gesprochen. Kürzlich kam ein deutscher Unternehmer verzweifelt in mein Büro. Er hat um Hilfe gebeten. Er hat ein Importgeschäft für Badewannen mit Zubehör für Badezimmer. Seine Waren aus China importiert er nach Deutschland. Er erzählte mir, dass er die meiste Zeit in China lebe, aber Deutschland häufig aus geschäftlichen Gründen aufsuche. Er verstehe nicht, wieso das Finanzamt es auf ihn abgesehen habe. Die deutsche Steuerfahndung beschuldigt ihn, aus heiterem Himmel mehr als 183 Tage auf deutschem Gebiet verbracht zu haben. Das Finanzamt hat ohne zu zögern sofort alle seine Bankkonten in Deutschland eingefroren. Der arme Kerl leidet unter einem Beweisnotstand. Er muss beweisen, dass er nicht in Deutschland wohnte. Verzweifelt sucht er nun seine alte Agenda, seine alten Flugtickets, seine Hotelrechnungen und andere Belege, um den Nachweis des Wohnsitzes in China zu erbringen. Heute hat er mich angerufen und informiert, dass er seinen Mitarbeitern keine Löhne mehr auszahlen kann. Es geht nur noch bergab. Die Geschichte zeigt deutlich, wie gesperrte Konten ein Business in den Ruinen stürzen. Tatsache ist, dass sein Geschäft definitiv ruiniert ist. Das Tragische ist, dass es gar nicht darauf ankommt, ob einen im Verfahren mit dem Finanzamt obsiegen oder verlieren. Leider hatte er keine Bankkonten ausserhalb des Einflusses der deutschen Gerichtsbarkeit. Er hatte kein Geld, um den Streit mit dem Finanzamt zu finanzieren. Ein Streit über die Anzahl Tage auf deutschem Boden kann ein lukratives Geschäft zerstören. Für Geschäftsleute aus Deutschland gibt es legale Strategien für einen effizienten Vermögensschutz, um eine Killeranklage abzuwehren und zu überleben. Asset Protection mit Lösungen für Notfallsituationen sind immer ausserhalb des Heimatlandes anzusiedeln. Vermögenswerte müssen ausserhalb des unmittelbaren Einflussbereiches der Behörden liegen. Andernfalls hat man bereits verloren. In der heutigen Regulierungsdichte sind das keine Einzelfälle. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es für internationale Unternehmer ist, Vermögenswerte zu haben, die sich nicht im Einflussbereich der Heimat befinden. Bankgeheimnis, strenge Datenschutzbestimmungen, Diversifizierung mit gut kapitalisierten Banken in der Schweiz, Konten in mehreren Währungen und ein effizientes Rechtssystem sind beste Voraussetzungen für einen internationalen Vermögensschutz. Massnahmen zum Schutz des Vermögens und des Geschäftes müssen rechtzeitig geplant und umgesetzt werden. Ist die Killeranklage bereits im Anmarsch, ist es bereits zu spät. Niemand wird Mitleid haben, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Dies interessiert niemanden. Zuallerletzt die Steuerbehörde. Massnahmen zum Schutz von Business und Vermögen sind nicht nur nützlich und sinnvoll, sondern absolut notwendig. Meine Berufserfahrung mit erfolgreichen Unternehmen zeigt immer wieder, dass globale Unternehmer in Umgang mit Klagen vorbereitet sein müssen. Studien zeigen, dass international tätige Unternehmer in einer überregulierten Geschäftswelt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sich irgendwann mit Killerklagen auseinandersetzen müssen. Wer nicht will, dass eine Killerklage Vermögen und Business über eine Nacht hinweg rasiert, muss sich rechtzeitig vorbereiten. Mehr Geschäftserfolg bedeutet automatisch, mehr Risiko aufzufallen. Mehr Konkurrenten, mehr Missgunst und mehr Klagen. Wer sich nicht auf das Worst-Case-Szenario mit Killerklage vorbereitet, wird die finanziellen Konsequenzen nicht überleben und jämmerlich untergehen. Was viele nicht wissen, es spielt gar keine Rolle, ob sie am Ende eines mehrjährigen Verfahrens schuldig oder freigesprochen werden. Allein das zermürmende Verfahren zerstört ihr Business und ihre Geldanlage. Ihr Business gibt ihnen niemand zurück. Der zugesprochene Schadenersatz im Fall eines Obsiegens ist eine Lachnummer. Der Schadenersatz nach einem Freispruch vermag, den effektiv erlittenen Schaden niemals zu decken. Ich muss immer wieder staunen, wie schnell sich Geschäftsfreunde, Banken, private Freunde und sogar Familienangehörige von den Betroffenen abwenden. Unsere Asset Protection Anlagetipps zum Schutze von Business und Vermögen basieren auf Staatsverträge, die ihr Wohnsichtsland abgeschlossen hat. Wenn bestimmte Anlagen meldepflichtig sind, werden wir diese Pflicht erfüllen und melden. Alles, was wir tun, ist 100% illegal und kriegserprobt. Unsere Anlagetipps funktionieren auch in der Praxis. Sollte eine Meldepflicht den Vermögensschutz mindern, werden wir rechtliche Wege finden, um die Meldepflicht zu umgehen. Wir sind sehr flexibel und kreativ. Wir werden Ihnen alternative Anlagen zeigen, die nicht der Meldepflicht unterliegen. Es gibt immer wieder Lösungen und Wege, auch für Ihre Situation. Vertrauen Sie uns! Wenn Sie Ihr gesamtes Geld in einer Bank um die Ecke zu Hause anlegen oder in einer erstklassigen Schweizer Privatbank, kann den Unterschied ausmachen, ob Sie es über Nacht verlieren oder es zum Wohle Ihrer Familie über Jahre hinaus behalten. Wie und wo soll man sein Vermögen anlegen? Schweizer Banken haben eine lange Tradition. Bereits vor der Französischen Revolution suchten die französischen Könige für ihre Kriegskassen eine sichere Geldanlage in der Schweiz. Um die Kriege in den Kolonien zu finanzieren, wendeten sie sich an Schweizer Banken. Schweizer Banken sind heute so gut kapitalisiert, dass sie als die stärksten Banken der Welt angesehen werden. Die Schweizer Banken, die ich meinen Kunden empfehle, haben eine Kernkapitalquote von mindestens 20%. Die Bankenaufsichtsbehörden in Grossbritannien fordern nur 9%. Besuchen Sie den weltweit ersten Schweizer Privatbankenführer auf SwissBankingLoyers.com. Dort finden Sie detaillierte Informationen zu jeder Privatbank in der Schweiz. Wie finde ich eine sichere Geldanlage im Alter? Das Vermögen verhält sich wie ein Gemüse- oder Obstgarten. Ob sichere Geldanlagen mit hohen Zinsen, ob alternative Geldanlagen, Gemüse und Obst wächst sofort wie das Vermögen, sobald die es gepflanzt haben. Emsige Käfer, Parasiten und Unkraut lassen nicht lange auf sich warten. Glauben Sie mir, wenn Sie nichts tun, zerstören Sie Ihre Tomaten und Erdbeeren in kürzester Zeit. Jede Ernte ist gefährdet, wenn Sie nicht geeignete Massnahmen ergreifen. Sie können jeden Gärtner fragen. Jeder Gärtner wird Ihnen bestätigen, dass ein Garten stets gepflegt, von Parasiten und Ungeziefer geschützt werden muss. Dasselbe gilt für den Schutz des Vermögens. Ein rasantes Wachstum von Geschäft und Vermögen bleibt nicht lange unbemerkt. Vielmehr wird Ihr Erfolg die Aufmerksamkeit von Konkurrenten, Steuerbehörden und Neidern magisch auf sich ziehen. Irgendwann im Verlauf Ihrer Geschäftstätigkeit kommt die Killerklage auf Sie zu. Es passiert unverhofft, aus heiterem Himmel. Wenn Sie nichts tun, sind Sie ein Fatalist und haben jetzt schon verloren. Wo ist die sichere Geldanlage, die gehegt, gepflegt und konstant wachsen kann? Meine Kunden platziere ich nur bei den stärksten und besten Schweizer Banken mit einer Kernkapitalquote von über 20%. Ich war CEO des Verbandes Schweizerischen Vermögensverwalters, bevor ich meine Kanzlei gründete. Ich kenne die Asset-Management- und Family-Office-Branche sehr gut. Die besten Vermögensverwalter der Welt gibt es in der Schweiz. Vor allem in den letzten zwei Jahren, seit Brexit, haben viele der grössten Family-Offices der Welt ihren Sitz von London nach Zürich verlegt. Ich arbeite ausschliesslich mit unabhängigen Star-Asset-Managern, die Resultate liefern. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie Ihr Bankkonto nur auf Ihren Namen eröffnen. Sie müssen die sichere Geldanlage in der Schweiz kontrollieren. Ihr Geld sollte niemals auf das Konto eines Brokers, eines Vermögensverwalters oder eines Multifamily-Offices überwiesen werden. Dafür gibt es keinen Grund. Bei der Kontoröffnung erteilen Sie einen unabhängigen Vermögensverwalter oder einem Family-Office eine beschränkte Vollmacht zur Vermögensverwaltung. Das Vermögensverwaltungsmandat berechtigt den Vermögensverwalter nicht zum Geldabheben, abgesehen von den Vermögensverwaltungsgebühren. Ich stelle Ihnen Star-Asset-Manager vor, die Erfolge nachweisen können und Milliarden verwalten. Eine ausgeprägte Platzierungskraft des Vermögensverwalters bei der Bank bedeutet für Sie Vorzugskonditionen mit All-In-Fee-Pricing, worauf ich später im Video eingehen werde. Ich arbeite für Sie mit Vermögensverwaltern, die Ihr Vermögen konstant und Schritt für Schritt vermehren und für Sie die beste Geldanlage der Welt ausfindig machen. Was sind die Anlagestrategien eines klassischen Vermögensverwalters in der Schweiz? Der klassische Schweizer Vermögensverwalter ist ein Value-Investor, wie es Warren Buffett einer ist. Seine Anlagetipps zielen auf qualitativ hochwertige Unternehmen, die jährliche Dividendenzahlen generieren. Global sucht er Unternehmen, die niedrig bewertet sind. Er investiert nur in liquide Aktien von Unternehmen, die er gut kennt und dessen Business leicht verständlich ist. Eine gute Investition sollte macht noch am selben Tag liquidiert werden. Der klassische Schweizer Vermögensverwalter investiert nicht in teuren und nicht in preisintransparenten Investmentfonds, die die Performance des Portfolios auffressen. Er bevorzugt kostengünstige Direktinvestitionen in Aktien und Obligationen, die möglichst lange gehalten werden. Wie finde ich eine sichere Geldanlage wie die Profis? Wenn Sie sorgenfrei und langfristig wie die Profis anlegen wollen, dann müssen Sie auch die gleichen Profi-Anlagestrategien in die Wege leiten wie die Profis. Eine der wichtigsten Anlagestrategien bedeutet Zusammenarbeit nur mit den Besten der Besten. Dies bedeutet, mit den stärksten Banken und Vermögensverwaltern der Welt zusammenzuarbeiten. Es bedeutet, dass ein Profi wie ich es bin, Sie und Ihr Vermögen konstant pflegt und hegt und beschützt. Profis suchen nach dem Best-in-Class-Prinzip. Denken Sie daran, Ihr Vermögen ist wie Ihr privater Garten. Vermögen muss gehegt und gepflegt werden. Ich kümmere mich als Ihr Protektor um den Schutz und das Wachstum Ihres Vermögens. Ich kümmere mich konstant um Ihren privaten Garten. Money Family Offices und erfolgreiche Vermögensverwalter betreuen internationale Kunden mit Milliarden von Vermögen. Dank der enormen Platzierungskraft bekommt der externe Vermögensverwalter ein besseres Pricing von der Bank. Wenn Sie direkt zur Bank gehen, ohne meine Einführung mit einem unabhängigen Vermögensverwalter, zahlen Sie mehr Gebühren. Die Bank bietet Ihnen Standardgebühren gemäss der Standardpreisliste an. Was viele nicht wissen, die Preisgestaltung der Banken ist nicht immer transparent. Unser Ziel ist es, eine Pauschalgebühr pro Jahr, also ein sogenanntes All-In-Fee, auszuhandeln. Ein All-In-Fee beinhaltet Bankgebühren, Gebühren des Vermögensverwalters und meine Gebühr als Protektor. Mein Honorar ist im Honorar des Vermögensverwalters enthalten, da ich die Gebühren mit ihm teile. Basierend auf diesem All-In-Fee pro Jahr wissen Sie genau, wie viel Sie bezahlen. Ich surfe Kraft Vertragsgestaltung mit All-In-Fee pro Jahr dafür, dass Retrozessionen und andere Vergütungen der Bank an den Vermögensverwalter am Ende des Tages an den Kunden weitergeleitet und gutgeschrieben werden. Was Sie auf keinen Fall tun sollten, ist alleine zur Bank gehen. Wenn Sie alleine, ohne Vermögensverwalter und ohne mich direkt zur Bank gehen, werden Sie niemals auf gleicher Augenhöhe mit der Bank verhandeln können. Der Wissensvorsprung der Profis ist eklatant. Sie riskieren, einen schlechten Deal abzuschliessen, den Sie anfangs gar nicht als solchen bemerken und in Zukunft bereuen werden. Lassen Sie nicht zu, dass die Bank für Sie Anlageprodukte aussucht, die auf der internen Empfehlungsliste der Bank aufgelistet sind. Die Bank will ihre eigenen Anlageprodukte verkaufen, was verständlich und legitim ist, nicht für meine Kunden. Das Risiko eines Interessenskonflikts zwischen Ihnen und der Bank ist erheblich. Der externe und unabhängige Vermögensverwalter wählt das beste Anlageprodukt auf dem Markt für Sie aus und nicht das beste Produkt auf der internen Empfehlungsliste der Bank. Die Bank ist nicht Ihr Berater, sondern in erster Linie Verkäufer. Meine Erfahrung zeigt, dass Beraterhonorare gut investiertes Geld ist. Anlagestrategien und Anlagertipps dürfen nicht von bankinternen Produkten beeinflusst werden. Wieso ist eine Preisgestaltung mit All-In-Fees so wichtig für eine sichere Geldanlage? Nun gebe ich Ihnen einen meiner wertvollsten Anlagertipps mit auf den Weg, den nur wenige Anleger kennen. Um das Risiko exzessiver Trading-Aktivitäten mit Gebührenreiterei im Fachausdruck Churning zu eliminieren, handeln wir stets mit Pauschalgebühren, also All-In-Fees, pro Jahr aus. Ich sehe jeden Tag mit eigenen Augen, wie Millionen mit Fehlinvestitionen, exzessiven Trading- und Gebührenreiterei vernichtet werden. Streitigkeiten infolge intransparenter Gebühren sind an der Tagesordnung. Der Schweizer Bankenombudsmann hat im Jahr 2017 2017 Streitigkeiten geschlichtet. In mehr als 50% der von Ombudsmann im Jahr 2017 behandelten Fällen ging es um Gebührenstreitigkeit. Mit einer All-In-Fi-Gebührenregelung lassen Sie sich elegant fast alle Streitigkeiten betreffen Gebühren umschiffen. In meiner Eigenschaft als Protektor werde ich den Vermögensverwalter und die Bank beaufsichtigen, um Risiken vorzubeugen und im Keim zu ersticken. Das ist aber noch nicht alles. Wie kann man Geld sparen mit einem externen Vermögensverwalter? Ich habe die Gebühren verglichen. Sie sparen zwischen 20 und 35%, wenn ein Vermögensverwalter oder ein Family Office mit einbezogen wird. Sie können problemlos 100'000 Euro oder mehr Bankgebühren sparen. Innerhalb der Schweizer Banken gibt es eine hohe Fluktuation beim Personal. Banker wechseln schnell ihren Job. Die Rechnung zahlt der Kunde, denn Kontinuität ist fundamental für die sichere Geldanlage. Ich sorge für Kontinuität mit Vermögensverwaltern, die ich seit Jahrzehnten kenne. Ein unerfahrener Juniorbanker kann schnell grossen Schaden anrichten. Ich werde Ihnen in der Folge ein echtes Fallbeispiel aus dem Tagesgeschäft geben, wo ein Juniorbanker im Hand und Dreh Millionen vernichtet hat. Studien von Bankinstitut einer renommierten Universität zeigen, dass die durchschnittliche Laufzeit eines Schweizer Bankkontos sich auf 17 Jahre erstreckt. Die durchschnittliche Dauer einer Ehe liegt deutlich unter 17 Jahren. In meiner Protektor-Funktion werde ich vierteljährlich die Performance der Bank und des Vermögensverwalters kontrollieren. Mithin verfolge ich täglich die regulatorischen Entwicklungen im Banking, sodass ich je nach Bedarf gezielt für sie intervenieren kann. Ich erzähle Ihnen eine wahre Geschichte. Wie ein bonusbesessener Banker ein Vermögen vernichtete. Ich hatte einen Kunden aus Istanbul in der Türkei. Ein klassischer Schweizer Banker grösserte das Vermögen des Kunden konstant Schritt für Schritt. Seine Anlagestrategien konzentrierten sich auf Value Investments, also unterbewertete Titel aus ausgesuchten Firmen. Das Vermögen wuchs von 500.000 Dollar im Jahr 1995 auf 18 Millionen Dollar 22 Jahre später im Jahr 2017. Im Jahr 2017 ging der Schweizer Banker in Pension. Der Kunde wollte seiner Bank treu bleiben. Der neue Banker sprach sogar seine Muttersprache. Der junge Banker aber wollte mit riskanten Investitionen schnell grosse Boni einfahren. Was hat er angestellt? Er unterbreitete dem Kunden Sondervereinbarungen. Diese schützen die Bank vor Schadenersatzpflicht bei riskanten Investitionen des Kunden. Aber der Kunde wird im Regen stehen gelassen. Der Kunde unterzeichnete diese komplizierte Vereinbarung ohne den Hinhalt und die Tragweite zu verstehen. Das war ein fataler Fehler. Ein Fehler, den Sie niemals machen sollen. 22 Jahre sichere Geldanlage mit guter Rendite ist sicher eine Erfolgsgeschichte für sichere Anlagestrategien. Da erstaunt es niemanden, dass der Kunde der Bank grenzenlos vertraut hat. Allerdings war das ein gruber Fehler. Der junge und unerfahrene Banker hat in nur drei Monaten mehr als 10 Millionen mit spekulativen Anlagen verspielt. Glücklicherweise hatte der Banker seine Risikaufklärungspflichten nur lückenhaft dokumentiert. Dank Mangel an beweisbaren Risikaufklärungen und strenger Anlegeschutzbestimmungen erstritten wir am Schluss doch noch eine Entschädigung. Die Bank musste den Schaden kompensieren. Das Beispiel zeigt kristallklar, wie in kürzester Zeit Millionen verspekuliert werden können, wenn ein gieriger Cowboy-Banker sich als ihr zuverlässiger Berater ausgibt. Das Beispiel zeigt, wie wichtig die Rolle eines erfolgreichen externen Vermögensverwalters für die sichere Geldanlage sein kann. Höchste Vorsicht, wenn Berater wechseln. Wieso ist die periodische Akteneinsicht des Protektors bei Bank- und Vermögensverwaltern so wichtig? Durch die Kraft eines einfachen Protektor-Agreements habe ich weitgehende Akteneinsichtsrechte bei Banken, Vermögensverwaltern und Multifamily-Offices. Dank meiner Einführung erhalten Sie einen VIP-Zugang zu den besten der besten Vermögensverwalter, die Milliardenverwalten. Die Vermögensverwalter sind unabhängig und in der Auswahl der Anlagen nicht beschränkt. Bankinterne Produkte auf einer Empfehlungsliste sind für einen unabhängigen Vermögensverwalter nicht bedeutend. Sie kaufen das beste Produkt auf dem Markt für den Kunden und nicht das beste Produkt für die Bank. Die Anlagestrategien und Anlagetipps der Vermögensverwalter sind völlig unabhängig. Sie sind an keine Empfehlung der Bank gebunden. Meine Star Asset Manager verwalten die Assets internationaler Geschäftsleute prominenter politisch exponierter Personen, Ölscheichs, russischer Oligarchen und anderer erfolgreicher Investoren. Lassen auch Sie Ihre sichere Geldanlage nur durch Best-of-Class Vermögensverwalter verwalten, die auch die Milliarden der finanziell erfolgreichen verwalten. Sobald die Steuersituation, die Bank oder die Regulierung sich ändern, werde ich als Protektor Sie aufmerksam machen, damit Sie rechtzeitig reagieren können. Die sichere Geldanlage ist wie ein Garten der stetiger Pflegebedarf. Sobald Sie sich die Umstände zu Ihren Ungunsten ändern, werde ich Sie informieren. Als der automatische Informationsaustausch eingeführt wurde, waren Kunden mit professionellen Beratern bereits vorbereitet und mit ihrem Vermögen über alle Berge verschwunden. Je höher das verwaltete Vermögen, desto niedriger die Gebühren. Für Vermögenswerte über 15 Millionen Franken liegt das All-In-Feed zwischen 1% bis 1,4% pro Jahr der Assets and the Management. Die All-In-Feed beinhaltet alle Spesen der Bank des Vermögensverwalters und meine. Wo sind die besten Hedge-Funds der Welt? Wenn Sie ein hochqualifizierter und erfahrener Anleger sind, werde ich Sie persönlich mit den besten Managern von Hedge-Funds bekannt machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich kenne einen Biotech-Hedge-Fund, der über 15 Jahre eine Performance von über 10% erzielt. Die Personen, die die Anlagestrategien in Fonds umsetzen, sind alle Top-Profis mit sehr beeindruckenden Lebensläufen. Ärzte, Ex-CEO von Pharmakonzernen, Biochemiker mit jahrzehntelanger Erfahrung und ein ehemaliger CEO einer Grossbank verwalten den äusserst erfolgreichen Biotech-Hedge-Fund. Wenn Sie die besten Hedge-Fund-Manager der Welt unverbindlich treffen wollen, rufen Sie mich einfach an. Ich organisiere für Sie gerne ein Meeting in Zürich oder in Zug. Insider-Informationen, Anlagestrategien und Anlagestrategien für die sichere Geldanlage wie diese finden Sie nicht in Universitäten, nicht in Bibliotheken und nicht im Internet. Wenn Ihnen meine Anlagestrategien gefallen haben, abonnieren Sie jetzt meinen Newsletter. Dann verpassen Sie garantiert kein neues Video und keinen neuen Artikel von mir. Abonnieren Sie jetzt meinen Newsletter im unten stehenden Link. Wenn Sie eine private und vertrauliche Frage haben, die Sie nur mit mir persönlich besprechen möchten, greifen Sie jetzt zu Ihrem Mobiltelefon und wählen 0041442124404. Rufen Sie mich während der Schweizer Bürozeiten an. Es ist nie zu früh, um eine sichere Geldanlage zu schützen und zu diversifizieren, indem Sie einen grossen Teil Ihres Vermögens zur langfristigen Vermögenserhaltung in die Schweiz transferieren. Pflegen Sie Ihr Vermögen konstant mit unseren Anlagestrategien wie Ihren eigenen Garten. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.